so liebe leute herzlich willkommen hier bei meinem ersten motorvlog ich begrüße euch alle ganz herzlich ich kann euch sagen ein name fällt mir für mich noch nicht ein aber das wir werden jetzt erstmal die atli 320 hercules hurricane testen und die erste ausfahrt des tages machen mit jetzt mittlerweile zwölf kilometern auf dem tacho wie gesagt ich nehme euch mit auf meine kleine ausfahrt wir beginnen hier im wald eine leichte feldstrecke ein leichter feldweg und wir werden einfach mal gucken wie das quad reagiert atli 320 ist ein richtig 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 schönes fahrzeug also ich habe jetzt erst ein paar kilometer hinter mir aber ich bin bis jetzt begeistert leute kommt einfach mit mir mit guckt euch die fahrt an wenn es euch später gefällt lasst gerne daumen da lasst ein abo da ja ich starte jetzt meine ersten vlog fahrt und ich hoffe es gefällt euch ich gebe mir mühe alles korrekt zu machen mikro für den helm folgt später auch noch das ganze weitere equipment werde ich natürlich peu à peu aufbauen wir fahren jetzt erstmal los und die fahrt geht ab zu meinen eltern und dann werden wir meinen eltern mal das neue fahrzeug mal so kurz auf den ruf stellen und mal ein bisschen mit präsentieren damit die sich gleich mit erfreuen kann ich hoffe ihr seht genug die kamera ist vielleicht nicht so ganz optimal eingestellt ich werde das alles nach und nach noch optimieren mal gucken vielleicht kommt noch eine weitere gopro dazu eine kleine session die werde ich dann am fahrzeug vielleicht noch anbringen wie gesagt leute kommt einfach erstmal mit mir mit wir zünden jetzt erstmal die maschine damit wir uns dann auf den weiteren weg machen können so bremse und zündung und dann wollen wir mal loslegen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.